Ich weiß nicht alles und dann kommen die aufeinander zu Die sollen sich lieber Roswitha oder Ingeborg nennen Jungs, was ist denn los mit euch? Es kann nicht sein Es kann nicht sein Nein Okay Ich will kein Spruch raushauen oder sonst was Ich rapp dir was vor, aber es ist was Direktes Ich möchte für dich da sein Hast du Sorgen oder Kummer? Möchtest du das auch? Ja, dann gib mir deine Nummer Ich wollte noch was sagen Ja, gefällt dir mein Rap? Nimm jetzt mein Handy und gib mir dein Snap Was sagst du dazu? Ja, süß, aber nee Ganz einfach, weil ich absolut und total pleite bin Falls du dich mit einer Frau triffst, hast du jetzt einen kleinen Vorteil Du kannst nicht mit ihr ins Kino Du kannst nicht mit ihr ins Café Du kannst nicht mit ihr ins Restaurant Das heißt, erstens, sparsst du eine Menge Geld Und zweitens, ihr könnt euch direkt bei dir treffen, Leute Besser geht's gar nicht In diesem Sinne Keine Ahnung, ich hab immer Kaktusgeld Nein, Kaktus Wie heißt der nochmal? Wie heißt dieser Löwe da, Mann? Der schwimmt So, Krokodil, Mann, Krokodil Das ist aber, du hast ja Was hast du denn für Lieder ausgewählt? Das habe ich ja in meinem Leben noch nicht gehört Das ist ja Wer hört denn sowas? Was hast du denn für einen Musikgeschmack? Vodka 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 für die Königin Vodka 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 Das sieht so leicht aus, aber wisst ihr eigentlich, was das für Können erfordert, was der da gerade macht? Ein Euro Cheeseburger für auch ein Euro Jetzt 1,40 mittlerweile Ne Haben die irgendwas anders gemacht am Burger? Nö Das sieht so leicht aus, was der da gerade macht? Das sieht so leicht aus, was der da gerade macht? Das sieht so leicht aus, was der da gerade macht? Das sieht so leicht aus, was der da gerade macht? Untertitelung des ZDF, 2020